Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder dabei bist. Heute spielen wir eine weitere Runde High and Lower und zwar heute in der Geografie-Edition. Das bedeutet, ich zeige es euch ganz simpel. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Das bedeutet, wir können aussuchen entweder Population Countries. Das bedeutet, welches Land hat mehr Einwohner. Dann in der gesamten Größe, in der Population, also der Einwohnerzahl der Hauptstädte oder bei US States Only. Das bedeutet nur US Staaten. Ich würde aber sagen, wir fangen heute einfach mal oben an und sagen Population Countries. Das bedeutet, wer hat mehr Einwohner. Wenn ihr die anderen wollt oder wenn ihr allgemein von den ganzen Sachen, was sind die Websites, mehr Aufrufe. Okay, ja, okay, verstanden. Wenn ihr davon mehr wollt, auch gerne mal sowas wie Richest. Also, wer hat die meiste Kohle auf diesem Planeten? Lasst es mich gerne wissen. Which country has a higher population, a game of higher or lower using countries population stats? Stats updated from Wikipedia July 2022. Bedeutet, wir haben da jetzt ungefähr neun Monate alte Daten. Wie mein Daumen. Ich bin gespannt. Let's go. Katar versus France. Ich glaube, das ist relativ einfach. Frankreich hat 60 Millionen, glaube ich. 67 mittlerweile sogar. Holy Moly. Und die haben 2,8. Greece versus France. Okay, ich spreche die immer auf Deutsch jetzt immer aus. Griechenland gegen Frankreich ist auch einfach. Frankreich ist ja nach Deutschland das zweitbevölkerungsreichste Land Europas. Ja, ich glaube schon, weil von der Türkei nicht so viel mehr zu Europa zählt. Ähm, Frankreich auf jeden Fall. Ja, ja, easy. Boah, die Elfenbeinköste, beziehungsweise die Cote, woher nennt sich die ja eigentlich? Ähm, ich glaube, die haben mehr. Ja. Das ist natürlich gemeint, wenn ich gleich vielleicht meinen Namen nicht weiß. Armenien müsste weniger haben. Deutlich. Let's go. Mikronesia, ja, da fängt es schon an. Also wäre schon Micro, 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 Klein, Mikro Millimeter und so weiter. Du musst doch weniger haben. Okay, gut. Hätte ich sonst, ich hätte die Zahl nicht mal... Okay, easy. Äh, Türkei, ja, okay, ne. Ähm, kein Problem. Madagascar hat... Oh, ich habe schon gedrückt, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, aber doch müsste weniger haben. Ja, ja, okay. Madagascar wirkt halt flächenmäßig sehr groß, aber Türkei... Ja. Nicaragua. 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 Ah, by the way, finde ich Madagascar 27 Mio schon nicht wenig, aber dürfte mehr haben. Nicaragua ist nicht so groß. Nicaragua hat natürlich deutlich mehr. Ja, klar. Wobei ich das tatsächlich krass finde. Also wenn ihr euch mal Kanada auf der Karte anguckt, dann ist Kanada natürlich schon eigentlich recht groß für dann nur 40 Mio. Einwohner. Aber Kanada hat ja auch super viele leere Flächen und hat mehr als der Jordan. Na. Äh, Ungarn. Oh, das müsste relativ ähnlich sein, oder? Aber ich müsste... Die müssten irgendwie 9 Mio haben, wenn überhaupt. Bin ich gut, Alter. Ich habe das nur im Kopf gehabt. San Marino hat weniger. Ja, klar. Das ist ja... Ist ja ein ganz klein. Bulgarien hat safe mehr. Let's go. 13 Punkte ist gar nicht mal schlecht. Äh, Nepal. Da sage ich euch jetzt ganz ehrlich. Da kann ich mich jetzt richtig in die Nesseln setzen. Wenn ich das Bild so sehe, würde ich sagen, Bruder, 300.000 Milliarden so ungefähr. Aber die müssten... Nepal besteht halt auch zu vielen Teilen. Einfach nur aus Gebirge und so weiter. Ich sage mal weniger. Ich habe Nepal also überhaupt nicht auf dem Show. Bin ich ganz ehrlich. 13 Punkte. So. Your score is in the top 10%. Ich tell my friends jetzt hier nichts. Der Irak hat mehr. Naja, Irak ist relativ groß. Die Hälfte von Deutschland. Auch hier mehr. 99.000. Süß. Zimbabwe hat mehr. Das ist gemein. Ich kann die afrikanischen Länder... Ist das ein... Na, der links... Das sieht ein bisschen aus wie ein älteres Liverpool-Trikot. Aber der Sponsor wird nicht passen. Deswegen glaube ich das nicht. Aber das sieht ein bisschen aus wie so ein Liverpool-Trikot. Zimbabwe hat mehr. Ähm, es gibt viele Länder, die haben da ultra viele. Wow, Palästina. Das... Ich sage weniger. Mehr. Das kann ich halt nicht einschätzen, was die da... Okay. Ja. Ähm, der Iran hat mehr. Boah, Alter. Wenn man 80 Millionen... Überlicht mal der Iran. Italien hat weniger. Ich glaube, es wird größte... Könnte für größte sein. Also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien. Meine ich wäre es. Oder war es? Ja, doch. Oh, jetzt würde mich das interessieren. Wie viele... Warte mal. Wie viele Einwohner hat Großbritannien? Wartet mal. Wartet. Einwohner. GB. Groß. 63 Millionen. Okay, dann passt es. Ja, dann passt es. Dann war es richtig. Der Bhutan hat weniger. Ja, ja. Klar. Ähm, ja. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien. Und danach wird es schwierig. Spanien vielleicht. Würde Sinn machen. Papua, Neuginäa. Oh. Haben die mehr. Komm. Ja. Okay. Es gibt so Länder, die haben wir definitiv mehr. Da kenne ich halt die Größe nicht so wirklich. Also, äh, wie viele haben wir? 82 Millionen. 83 Millionen. Nice. Let's go. Jamaika. Sorry, Bro. Da, da. Belgien. Was haben die? 3, 4 Millionen. Na, Quatsch. Ja, nee. Ja, never mind. Belgien. Ja, ja, logisch. Ich habe Bärchen gerade kleiner gemacht im Kopf, als ich dachte. Äh, Neuginäa Bissau hat mehr. Ja, ja. Oder Neuginäa Bissau. Müsste mehr haben. Wir kommen weiter voran. Das ist gut. Hat mehr. Ja, doch, hat mehr. Okay. Da hatte ich es. Afrikanische Länder. Usbekistan hat mehr. Ich hätte ihnen keine 35 Millionen gegeben. Krass. Mehr. Oh, 11.000. Geil. Wir haben einen neuen Rekord. 14 Punkte. Komm, ihr habt mehr. Das ist das. Ich... Ach. Zypern. Zypern. Zypern über 12 Millionen, beziehungsweise 13 Millionen Einwohner. Ich würde nicht sagen. Okay. Ich wollte gerade sagen, es ist eine kleine Insel. Ungarn hatten wir ja bereits mit seinen Neuen. Komm, schaffen wir die. El Salvador hat mehr. Oh, what? Oh, krass. El Salvador hätte ich tatsächlich jetzt als Größe eingeschätzt, weil halt teilweise auch Städte, die dann wirklich auch sehr viele Menschen auf einem Platz bündeln. This game was made for you. That's incredible. Thank you. Next round. Turkmenistan hat mehr, glaube ich. Knapp, aber passt. Uiuiui. Macau. Alter, Macau müsste... Hab ich gerade auf Macau geklickt? Ich bin auch ein Horst. Okay. Never mind. Mein Fehler. Pakistan. Ja, klar. Ich musste gerade überlegen, aber ja, klar. Äh, Pakistan. Ja, ja. Alter, wie groß ist Pakistan bitte eigentlich? Holy moly. Oh, Argentinien. Alter, ist halt ein großes Land, muss man mal sagen. Die müssten mehr haben, oder? Nicht. Quick. Guck her the map. Ja, die Nigeria hat 210 Millionen, glaube ich. Irgendwie sowas. Genau. Das ist das Land, was ich meine, was ich jedes Mal krass finde. Nigeria ist so gigantisch groß. Palästina hat ja 4, noch was. War das mehr? Ah, ne, war ein 5,2. Okay. Wo kamt? Japan hat natürlich mehr. 120 Millionen. Krass. Individom-Rap hat weniger. Naja. Ist nicht so schwer. Germany, 83,2 Millionen. Hab ich mir gemerkt. Äh, Kuba. Ja, man hat mit Havanna ein paar größere Städte, aber eigentlich ansatzweise natürlich, ne? So richtig klassisch mit den Autos. Geil. Die Bahamas haben weniger. Das ist so. Taiwan hat mehr. Alter, Taiwan. Dieser Inselstaat hat einfach 23 Millionen Einwohner. Holy moly. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab einmal Pragerica hat mehr. Ähm, einmal die Jamaika-Flagge gesehen. Und schon hab ich einfach nur noch, ähm, Bob Marley, Buffalo Soldier im Kopf. Buffalo Soldier. Sierra Leone hat mehr. Da, 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 da. Guinea. Das sind jetzt zwei Länder. Also ich kann Guinea nicht einschätzen. Ich sag mal weniger. Holy moly, Alter. Aber 12. Ich bin... Über 10 bin ich immer zufrieden. Ähm, Mauritius dürfte nicht viele haben. Es landert mehr. Jaja. Oh la la. Aber knapper als ich gedacht habe. Guyana. Nein, Quatsch. Nein. Ich hab an Guinea gedacht gerade. Das war dumm. Das war dumm. Die Philippinen oder die... Nee, komm. Die Tschech... Bin ich doof? Ich bin doof. Ja, klar. Logisch. Ja. Never mind. Venezuela hat mehr. Das war doof von mir. Müsste ich eigentlich rausschneiden. Ist ja furchtbar. Nein, Quatsch. Mach ich natürlich nicht. Aber... Ich find die Tasse hier ja mega geil. Ghana hat auch richtig viele. Also richtig viele. Aber 30 Millionen finde ich viele. Und Duras müsste weniger haben. Gut. Nee, das hat nicht über 10 Millionen. Nee, nee, nee. Litauen. Nein, nein. Haiti. Oh, Haiti. Es dürfte weniger haben. 11 Millionen. Ach, ich war doch... Ich war doch gar nicht mehr bei den 9,5 Millionen, die ich vorher hatte. Ich war ja nur noch bei 2,7 Millionen. Dann ist natürlich... Oh mein Gott. Alter, jetzt stell ich mich doof an. Äh... Ihr habt mehr? Nicht. Never mind. Ähm... Ich wusste nicht, wie viel groß die sind. Oh, hallo. You barely left the airport. Quick. Hit. Play again and we can pretend that never happened. Okay, play again. Guyana hat mehr. Ach nein, das war ja schon wieder. Das ist... Ich bin schon wieder auf Guyana reingefallen. Ui, näher meine ich. Mann. Burkina Faso hat mehr. Die haben viele Einwohner als... Mehr als Moldawien. Moldova. Gott, ja. Vietnam hat mehr. Zack. 90 Millionen... 98. Wow. Zypern hat keine Mio. Mein Gott. Bin ich doof, ey. Angola dürfte mehr haben. Alter, 30 Millionen. Ich weiß noch, als die mal bei einer WM dabei waren. 2,6 war das, glaube ich, in Deutschland. Ich kannte alte Angola vorher überhaupt nicht. Irgendwie hat mich das voll fasziniert. Nittau hat mehr. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie fand ich das spannend. Ne, ihr habt weniger. Alles, was Ozeanien ist, ist immer für mich. Malaysia hat weniger. Äh, mehr, natürlich. 30 Millionen. Als Mauritius definitiv auch. Noch einmal hier eine kurze Besserungrunde. Ich kenne das Land nicht. Mehr. Wenigstens die 10 wieder. Nein, ich fall jetzt nicht schon wieder auf Guinea rein. Nein, nicht nochmal. Greece hat natürlich mehr. Oh, Griechenland auch. Lettland hat weniger. Schön. Hat so schöne Flecken. Griechenland, muss man mal sagen. Uganda hat, glaube ich, 40, 50 Millionen, oder? Ja. Sehr schön. Kambodscha hat natürlich auch ultra viele. Oh, was hat Kambodscha? Alles Ozean, Kambodscha. Oh, shit, die haben viele Einwohner. Die könnten mehr haben. Nicht mal ansatzweise. Ich bin ein kompletter Trottel. Holy moly. Jim Carrey. Ist doch Jim Carrey, oder? Was willst du von mir? Ja, ja. Tada. Leute, ich hoffe sehr, euch hat es mal wieder gefallen. Wie gesagt, was wünscht ihr euch als nächstes? Schreibt es mal in die Kommentare. Also, 17, unser Highscore. Wollen wir den noch knacken? Oder eher nicht? Ich hoffe sehr, euch hat es mal wieder ein wenig gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das ultra faszinierend, unsere Erde einfach auch mal so in einfach nur absoluten Zahlen zu betrachten. Auch wenn natürlich alles da irgendwie noch mitspielt, was an Flächen verfügbar ist und so weiter. Hier findest du jetzt zwei weitere Videos. Schau dich gerne an und abonniere den Kanal, um auch nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe natürlich sehr. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.